Der Kumpel, von dem ich gerade gesungen habe, der ist Bauer. Aber das ist kein gewöhnlicher Bauer. Der ist Vogelbauer, Bauer. Und das nächste Stück, das ist nur was für Volierige. Ich wache auf in einer Voliere und denke mir, wenn ich jetzt nur nicht so voll wäre. Wer in Volieren schlägt, der sollte eines wissen. Am nächsten Morgen fühlst du dich echt voll beschissen. Und dir ist sicher nicht nach Bügeln zumut. Eine Nacht in der Voliere, eine Nacht in der Voliere, eine Nacht in der Voliere tut nicht gut. Vielen Dank. Ja, und der Kumpel, der heißt Eichen. Kennt ihr den Eichen? Gibt es hier nicht, gell? Der heißt das Eugen, hochdeutsch. Und der Eichen, der geht also mal gern, wenn er trinke, aber nur, wenn er den nötigen Ernst hat. Und der Ernst, ich zungrasiere zum Paar Bier und den noch für Paar Bier in die Bierwahr. Und jetzt guck mal, wie schnell der hier war. Um halb zehn hat er C-halbe gehabt. C-halbe und eh ganz. Die ganzen oder gerade ganz Gäse gehabt, da fragten der Eichen, die Ernst, wohl noch ein Bierernst. Da mehnte Ernst zum Eichen, Eichen, glisch wohl ich noch zum Theo an den Tisch. Da sagt der Eichen, mit dem Theo redisch, theoretisch und praktisch, überhaupt nimm ich. Und bei dem Theo, das gibt's auch immer den Franz. Und Franz ist keiner, wie Paul-Ana-Barr. Aber mancher wünscht, dass er je wär, dass er je wär, wie du war, Steiner. Und jetzt, steht euch mal vor, ihr habt sechs Flasche Bier in den Grünschrank gestellt. Und als ihr mal wieder reinguckt, sind bloß noch fünf drin. Was ist dann? Dann fehlt ihr uns, ja. Und wenn kein Bier öfter da ist, dann holst du ihn. Und sag nicht zu mir, ich soll die Flasche näher über das Glas halten, keine Angst. Da geht Kürstritzer der Nebe. Und jetzt habe ich noch ein etwas komplizierteres Rätsel. Da geht's um zwei Biersorte. Und der Gewinner kann an diesem heißen Abend ein Pannenzäpfle gewinnen. Extra kalt. Ja, und zwar geht's darum, mit welchen zwei Biersorten stoßen der Rheinland-Felser. Das war, glaube ich, in der Richtung, Sie können sich das Pannenzäpfle auch ruhig teilen. Ja. Ja. Das war, glaube ich. Achso. Ja. 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 Vielen Dank.